Es ist zum Verrücktwerden. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, lächelt mich mein Spiegelbild die ganze Zeit über an. Mein Spiegelbild lächelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe beinahe durch. Ich ertrag das nicht mehr. Am liebsten würde ich den Spiegel zerstören, aber ich habe nicht den Mut dazu. Ich weiß nicht, was ich bin. Hey du, ich mache nicht mehr das, was du willst. Was ist das? Du kannst mich mal. Weg hier. Ich muss hier weg. Wohin soll ich denn gehen? Mein Spiegelbild macht nicht das, was ich möchte. Mein Spiegelbild hat mir den Stinkefinger gezeigt. Wie geht diese Geschichte weiter? Schreibt es mir bitte in die Kommentarbox. Und über eine freiwillige Spende von euch freue ich mich natürlich sehr. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen lächelvollen Tag. Danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.